Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und heute geht es mal um diesen freshen, rostigen Anker, der mir gänzlich unbekannt war. Also eine richtig geile Waffe, wo ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Den gibt es auch relativ früh im Game, den könnt ihr euch im Prinzip direkt am Anfang holen. Und der haut auch richtig, richtig schön Schaden rein. Werden euch erinnert, ich habe mal eine Fäulnisgroßax mit der Löwenkralle gespielt und habe 1600 Schaden gemacht. Die Waffe macht nochmal ein bisschen mehr und das Ganze ohne Buffs. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, heute ist der Community Run. Ich bin gerade live, um 12 Uhr ging es los mit dem Community Run. Einmal das komplette Spiel durchspielen mit euch zusammen, mit der Community. Also wenn ihr da dabei sein wollt, gerne unten mal in der Videobeschreibung den Twitch-Link abchecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier weiter ins Video. Also als erstes zeige ich euch mal, wie viel Schaden der Anker macht. Ohne Buffs, ohne irgendwas. Einfach so mit der Löwenkralle. Macht der 2300 Schaden. Mit einer Attacke, ohne Buffs, ohne irgendwas. Ohne... Ja. Richtig, richtig nice. Löwenkralle ist sowieso einer meiner Lieblings-Weapon-Arts. Gefällt mir sehr gut. Zack. Und tot. Ihr könnt im Prinzip auf die Waffe auch jede Kriegsasche drauf machen, wie ihr wollt. Ich habe, wie gesagt, die Löwenkralle drauf und dabei das Ganze auch wertig gemacht. Damit kriegt ihr ein Scaling auf B und B, auf Stärke und Geschicklichkeit. Und Stärke und Geschicklichkeit habe ich auf 80 gemacht. Also das ist wirklich der maximale Schaden. Ich habe noch gar nicht geguckt. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes machen? Also klar, Scherbe von Alexander ist relativ gut, wenn ihr die Weapon-Art benutzt. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell, wo ihr den Anker überhaupt finden könnt. Den Anker findet ihr auf der Halbinsel der Träne, hier im Tunnel von Morne. Da gibt es zwei Wege, um dort hinzukommen. Einer wäre, wenn ihr von der Seite runterspringt. Den würde ich nicht empfehlen, weil dort könnt ihr auch leicht sterben. Ich würde hier längs einmal entlang und dann hier runter. Also quasi durch den Wald und dann hier runter und dann in den Tunnel von Morne. Dort müsst ihr den Endboss besiegen. Ist nur ein Scheuser, das kriegt ihr wirklich richtig easy peasy hin. Und dann kriegt ihr den Anker. Und um den Anker ausrüsten zu können, braucht ihr 26 Stärke und 9 Geschicklichkeit. Also auch echt nicht viel. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell, wo es die Löwenkralle gibt. Weil mein letztes Video, wo ich das gezeigt habe, ist auch schon was länger her. Deswegen laufen wir da einmal hin. Dafür müsst ihr nämlich in Fort Gael, Festung Gael. Da vorne seht ihr sie schon. Ich laufe mir eben hin. Und dort müsst ihr einen kleinen Löwen besiegen. Und wenn ihr den besiegt habt, kriegt ihr die Kriegsasche Löwenkralle. Aber wie gesagt, ihr könnt auf die Waffe jede Kriegsasche draufhauen, die ihr gerne möchtet. Und von Haus aus ist dort Barbarenbrüllen drauf, was euren Angriff verstärkt. Finde ich selber nicht so nice. Deswegen habe ich da wieder die Löwenkralle drauf gemacht. Die liebe ich einfach, die Kriegsasche. Und ja, sehen wir uns wieder, wenn wir in der Festung Gael sind. Was ihr machen müsst, ist einmal um die Festung rum. Dann gibt es hier eine schöne Leiter, da könnt ihr hoch. Noch eine kleine Info am Rand. Wenn ihr hier unten das Item einsammelt, kriegt ihr Flamme, gebt mir Kraft. Das ist eine Anrufung, die euren Angriff stärkt. Die könnt ihr natürlich auch noch benutzen und euren Angriff nochmal ein bisschen mehr boosten. Braucht 15 glaube. Also auch relativ easy nutzbar, auch direkt am Anfang, um nochmal einen Schadensboost zu bekommen. Da unten ist der Löwe, den ich meinte. Den muss man einmal besiegen und dann kriegt man die Löwenkralle. Das könnt ihr natürlich auch mit Fernkampf machen, aber ich gehe natürlich runter und besiege den Mann gegen Mann, beziehungsweise Mann gegen Löwe. Und direkt mal einen Sprungangriff drauf holen. Ihr könnt hier auch eine Mimic oder Sonstiges holen. Da ist die Löwenkralle gegen ihn selber ein. 1900. Zack, 1900. Und da ist er dort. Und dann kriegt ihr Kriegsasche, Löwenkralle. Und ja, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin gerade live auf Twitch. Kommt gerne vorbei und macht mit. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Anker findet. Ich finde es echt witzig, was From Software da ab und zu in die Games raucht. Ich liebe sowas einfach. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.